Installation mit Isofix-System Ziehen Sie den Entriegelungsgriff nach außen und gleichzeitig das Isofix-System heraus. Drücken Sie die beiden roten Tasten der Isofix-Rasterarme und entfernen Sie die Schutzkappen. Die beiden Kappen unter der Basis aufbewahren. Positionieren Sie den Kinderautositz auf dem PKW-Sitz. Befestigen Sie die beiden Isofix-Rasterarme in den entsprechenden Isofix-Rasterbügeln zwischen Rückenlehne und Sitzfläche. Grün heißt OK. Schieben Sie den Kinderautositz an die Rückenlehne. Stellen Sie im Handbuch Ihres Autos die genaue Position des dritten Verankerungspunktes fest, auch Top-Tether genannt. Führen Sie den Haken zwischen der Rückenlehne und Kopfstütze durch. Befestigen Sie den Top-Tether am Verankerungspunkt. Stellen Sie die Gurtlänge des Top-Tethers ein. Gurt festziehen und korrekt spannen. Die Anzeige am Gurt wird grün. Um das Isofix-System zu deinstallieren, lösen Sie den Top-Tether. Ziehen Sie den Entriegelungsgriff und entfernen Sie den Kinderautositz von der Rückenlehne des Autos. Drücken Sie die beiden roten Tasten der Isofix-Rasterarme und lösen Sie sie aus den Bügeln. Nehmen Sie die beiden Kappen und setzen Sie sie wieder auf den Armen auf. Schieben Sie das Isofix-System vollständig in die Basis. Installation mit dem Dreipunktgurt Stellen Sie den Autositz auf den Fahrzeugsitz. Klappen Sie die Rückenlehne vollständig zurück, indem Sie den Hebel unter dem Sitz ziehen. Führen Sie den Gurt zwischen Rückenlehne und Basis des Autositzes durch und schnallen Sie ihn fest. Führen Sie den Beckengurt durch die roten Führungen auf der Basis. Drücken Sie den Hebel, um die Klemme zu öffnen, die sich an der gleichen Seite des Schlosses befindet. Führen Sie den Schultergurt in die Gurtklemme und lassen den Hebel los, um den Gurt zu blockieren. Spannen Sie den Gurt straff. Führen Sie den oberen Teil des Schultergurtes in die Führung an der Oberseite der Rückenlehne. Spannen Sie den Gurt erneut. Um die Gurte zu lockern, drücken Sie die Verstelltaste auf dem Sitz. Ziehen Sie gleichzeitig die beiden Gurte unter den Schulterpolstern lang. Um das Kind korrekt anzuschnallen, legen Sie die beiden Zungen des Gurtschlosses übereinander. Stecken Sie diese in das Schloss, bis Sie ein Klack hören. Um die Kopfstütze einzustellen, drücken Sie die Taste auf der Rückseite der Lehne und bringen Sie diese in die gewünschte Position. Die Kopfstütze sollte so eingestellt werden, dass die Gurte auf Schulterhöhe des Kindes sind. Um die Gurte korrekt zu spannen, ziehen Sie das Verstellband vor, bis die Gurte am Körper des Kindes anliegen. Um den Bezug abzuziehen. Öffnen Sie die Gurte und den Klettverschluss auf der Innenseite der Rückenlehne. Schieben Sie die Gurte unter den Bezug. Entfernen Sie nun den Bezug mit der Verkleidung. Um den Bezug wieder zu montieren, führen Sie den Arbeitsvorgang in umgekehrter Reihenfolge aus.